Die Bücher Die Bücher von Josef Wod kann ich erstmal vergessen. Alle diese alten Geschichten aus dem alten Galicien kann ich wieder vergessen. Jene polnisch-jüdische Handelsstadt Lemk mit ihren wienerischen Kaffeehäusern existiert eben nur in der Literatur. Das hier, das ist eine ukrainische Industriestadt sowjetischer Prägung, und zwar eine Millionenstadt. Und die meisten Leute wohnen nicht hinter den historischen Fassaden im Zentrum, sondern hier draußen, in den überfüllten, standardisierten Neubaublocks wie den winzigen, standardisierten Wohnungen. Die kyrillische Schrift ist mir fremd. Die ukrainische Sprache auch. Und ich weiß überhaupt nicht, was so ein Satz für die Wirklichkeit bedeutet. Hier hat 45 Jahre lang hinter verschlossenen Türen das Experiment Staatssozialismus stattgefunden. Beim Stichwort Sowjetunion spult mein Gedächtnis zunächst mal nur alle Nachrichtenklischees ab. Und das heißt Bilder der Macht. Militärparaden und Raketen, dann die Köpfe der alten Männer, ihre Bruderküsse, ihre starren Gesichter. Dazu eine riesige, einfarbige Fläche auf der Weltkarte. Monolithisch hieß das immer. Ein monolithischer Block. Inzwischen ist die Macht, in der Zentrale Moskau implodiert. Und wir lernen neue Namen von Nationalstaaten kennen. Vor allem natürlich die Kriegsschauplätze. Die Ukraine wird selten genannt. Eigentlich nur, wenn es um Tschernobyl geht oder um Atomraketen, die immer noch nicht verschrottet sind. Ein junger Lvivazong-Poet, Michalo Barbara, hat die eigenartige Faszination des Westkonsums besungen. Merkwürdigerweise in Französisch, obwohl er diese Sprache gar nicht kann. Aber vielleicht hat es auch gerade deshalb getan, weil Französisch für ihn eine Traumsprache ist. Ich bin auf 7 Uhr in der Mine. Ich schwöre, das auch in der Mite. Ich bröse mir nur 10 Minuten. Ich teigere mich. Du hast die Orient. Ich füge die Orient. Ich beende die Orient. Ich beende den Kaffee Italien. Und ich füge die Amerikanische cigarette. Jahrzehntelang haben sich die Sowjetmenschen daran gewöhnt, ihre schönsten Wünsche an die Bilder der Westwaren zu heften. Jetzt ist Konsum kein Traum mehr, sondern eine Geldfrage. Das heißt, die meisten Leute können sich gar nicht bedienen in den Auslagen. Für die Verkäufer kein Problem. Sie machen vor allem Marketing. Mittelfristig, langfristig. Das ist Marco. Seit der Wende geht es mit der Wirtschaft der Ukraine ständig bergab, und zwar sehr viel schneller als in Russland. Der Wechselkurs ist grotesk. Für einen Stundenlohn in Deutschmark kann ich mir ein Monatsgehalt in der ukrainischen Behelfswährung kaufen. Das heißt, ich überschreite die Grenze und verwandle mich auf wunderbare Weise in einen Deutschmark-Baron, der mit der einheimischen Währung umgeht wie mit Spielgeld. Ich habe ja noch niemanden getroffen, der mir erklären konnte, warum das Durcheinander von kaputter Staatswirtschaft, Schwarzmarkt und freiem Kleinstmarkt der Rade noch irgendwie funktioniert. Die Wirtschaftskrise sei der Preis der Freiheit. Auf ukrainisch Svoboda Freiheit. So heißt auch der ehemalige Lenin-Prospekt. Prospekt Svoboda. Musik 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 Wut, 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 wut! Das ist der Worte von Lenin. Er stand da, und jetzt ist er ein Weg. Hey! Sie, Sie, Sie! Herr Maasch. Nein! Keinfach! Ah! Oh, das ist da! Big hit! Der Richter! Irgendj制. Schuss, sca Ora, �? Vierge. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er hat keine Worte und verdient sind, ohne Sprache, ohne Spracheιiter zu viel across die Welt. Frise Waldseле-Krise, durch die Pugnall, durch die Langsang, durch die Tuche und die Höhe, durch die Hunde und die Roter Jahre, von 50 von ihnen in Rädchen sind, sie sind nicht die Espergern Schevchenker in Lwów. Aber es geht nicht, wir sind unsere Quäte, auf der просpekte, wo wir in der Nähe stehen, und zwischen ihnen wunderschön, 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 wunderschön. Nächhäuser 07. Nächhäuser 08. ...Yine wunderschön, wunderschön, sotter, und meine, von ihm, son, trunks und über die guy, Und die meufu und die短e, aus dem TELL! Nächhäuser 08. Nächhäuser 08. Nächhäuser 08. Nächhäuser 09. Nächhäuser 08. Nächhäuser 08. Nächhäuser 08. Nächhäuser 08. Nächhäuser 08. Das war's, das war's, das war's. Die sozialistische Zukunft ist abgesagt, jetzt kommt wieder unerledigte Vergangenheit hoch. Wenn ich hier irgendwas verstehen will, muss ich Geschichtsunterricht nachholen. Die Ostukraine war jahrhundertelang eine russische Provinz, die Westukraine niemals. Bis 1772 gehörte sie zu Polen, danach dann bis zum Ende des Ersten Weltkriegs zu Österreich. In dieser Epoche waren die ukrainischen Bauern immer noch durchaus benachteiligt gegenüber den Polen. Und nur das Priesterseminar der griechisch-katholischen Kirche bot ihnen eine Bildungs- und Aufstiegschance. Kein Wunder also, dass fast die gesamte spätere ukrainische Intelligenz in Galicien aus den Pfarrhäusern der Dörfer und Kleinstädte stammt. Denn die griechisch-katholischen Christen erkennen zwar den Papst an, aber nicht das Zölibat. Ja, ja, ja. Und das Herz liegt bei uns. Und da ist er eine Mugilä. Er ist in der Zirnä. Er ist in der Frau, und da ist er. Er hat eine sehr große, eine Prospettinische Arbeit. Er hat und seine Säni. Er hat eine sehr große, eine Prospettinische Arbeit. Er war ein von einem von Prospettin-Proszütern. In der Zwischenkriegszeit wird Lemberg wieder polnisch. Die ukrainischen Nationalisten organisieren sich im Untergrund. Wir machen verschiedene Arbeitsplätze, die in der Zwischenkriegszeiten. Mit der Zwischenkriegszeiten. Ich weiß nicht, was ich erzähle. Einmal in der Zwischenkriegszeiten in der Zwischenkriegszeiten Da war eine Maschine, die auf die Regen-Leger waren. Und um die Poli-Leger zu haben, um die Maschine zu verraten. Ich habe diese Maschine zu verraten. Ich habe diese Maschine zu verraten, weil sie eine Maschine zu verraten. Ich habe sie verraten, sie habe sie in die Maschine zu verraten. 1939 Hitler-Stalin-Pakt. Die Rote Armee marschiert ein. 1941 Einmarsch der Deutschen Wehrmacht. Die Rote Armee marschiert ein. Ich habe mit ihnen keine Beziehungen. Ich habe keine Beziehungen. Wir haben eine Einmarschicht. Es gab keine Beziehungen? Es war die Akte gegen die Juden. Die Menschen haben sehr gefährlich. Die Maschine haben sie verbreitet, sie schritten, sie schritten, sie schritten, sie schritten. Es war ein Krieger, sie schritten, sie schritten, sie schritten, sie schritten. Das war sehr gefährlich. Die Menschen haben uns nicht geholfen, aber sie waren nicht nur kommunistisch. Wir hatten keine Konflikte. 1944, die Rote Armee kommt zurück. Von nun an wird auch die West-Ukraine aus Moskau regiert. Das war das erste Mal. Das war für uns, für uns alle. Wir haben nur gedacht, dass sie sich um die Repression zu halten. Das war die Repression, die sich um die Menschen zu halten. Aber normalerweise, wie die Staat, die kulturelle, zivilisierte und demokratische Staat, dann war es klar, dass sie sich um die Repression zu halten. Es war nicht. Es gab keine Leute. Es gab keine Leute. Es gab keine Leute. Mein Vater war ein sozialistisch, er war ein kommunistisch. Meine Frau sitzt für nationalismus. Meine Frau sitzt für nationalismus. Meine Frau sitzt für nationalismus. Meine Frau, mein Mann, hat sie sich um die Türme zu halten. Es war eine sehr unterschiedliche Familie. Aber alle waren, dass sie für die Ukraine gearbeitet haben. Und alle waren ukrainischen Patriots. und alle haben die Ukraine. Ich habe vor allem gewohnt in einer kleinen jüdischen Stadt der Markolest. Dort habe ich noch gelebt, in Nord-Iden. Heute sind 20-30 Rumäner. Ich habe dort eine jüdische Gymnasie gelernt, wie ich habe gelernt. Dort habe ich jüdisch gelernt, jüdisch, jüdisch, historie von Iden. Und ich habe auch jüdische Lieder gelernt. Können Sie sich noch an eins erinnern? Ja. Ja. Schauen Sie mal eins. Nur eine jüdische Lieder. Lass mir alle einen, in einem, verkehnen sich nicht schämen. Lass mir alle einen trinken Wein. Lass mir alle einen sein, trinken Wein, freilich sein. Besen weißen Togarein. Lass mir sein, gesinnt. Lass mir sein, gesinnt. Mit allen unseren Freunden. Mit allen unseren Freunden. Es sollen gehen zu grünen. Es sollen gehen zu grünen. Alle unsere Feinde. Die Läuower Iden, mit seinem Spruches. Sollen erleben, viel gelieken Bruches. Hurra, hurra, hurra. Nun, es ist gewesen ein jüdisches Leben. Ein jüdisches Leben dort in einem kleinen Städtel. Es ist gewesen eine jüdische Bibliothek. Es ist gewesen ein sionistische Organisaties. Viel sionistische Organisaties. Ich bin gewesen ein Mitglied der jüdischen jüdischen Organisationen. A-Somair A-Zayir. In Iden, der Vater, der Melchume, der von uns, von dem kleinen Städtel, hat gesagt, Iden, habe rausgefahren, kein Eretz Israel, als Haluzim. Und in den 40. Jür, bin ich geworden, ist gekommen die sowjetische Macht. Nachdem es gekommen die sowjetische Macht, ist alles vernichtet geworden. Man hat sich geschämt auf alle zesungen, also ich bin ein jüdisches Leben geworden. In den 40. Jür bin ich geworden als Student von der Tchernowitzer Universität, im ersten Kurs von der Fakultät von Mathematik und Physik. In den 40. Jür hat sich umgegeben, dass ich sich evakuiert mit einer Gruppe von Studenten, kein 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 Usbekistan. Zuerst kein Taschkent und später kein Bukhara. Dort habe ich gelernt, in dem pädagogischen Institut, nur für die Jüdische hat man schon nicht gerät, gar nicht. Herr Naum Fleischmann hat meiner zwanghaften Neugier sehr freundlich nachgegeben. Ich wollte unbedingt hier in Galicien jene Sprache hören, die es eigentlich nicht mehr gibt und die den süddeutschen Dialekten so fürchterlich nahe steht. Vor einem halben Jahrhundert war mein Vater als deutscher Soldat in dieser Gegend. Ich weiß nicht genau wo, aber ich weiß, dass damals hier noch Jiddisch geredet worden ist. Danach nicht mehr. Eine Nachhall des galicischen Judentums gibt es vielleicht noch in den orthodoxen jüdischen Quartieren von New York oder Montreal oder Jerusalem, aber hier nicht. In der Lvivar Innenstadt steht seit 1992 ein Mahnmal an der Stelle, wo damals die Juden in einem Ghetto eingeschlossen worden sind. Hier draußen sehen wir keine Hinweise auf die Vergangenheit. Die Gebäude des ehemaligen Konzentrationslagers sind seit dem Krieg immer weiter benutzt worden, als Gefängnis und als Fabrik. Herr Edmund Seidel gehört nicht zu den Juden, die von der Sowjetmacht zwangsweise evakuiert und gerettet worden sind. Er war Häftling Nummer 1173 im Janowski KZ. Dem Transport ins Vernichtungslager Berlschitz entkam er durch einen Sprung aus dem So eine Geschichte ist längst vielfach archiviert, aber sie lässt ihn nicht in Ruhe. Das Verbrechen von Lemberg, sagt er auf Russisch, hat sehr viel größere Ausmaße gehabt als das Massaker von Babi Yar. Er war Kola Petrenko, und sie war in der Ukraine, und sie war auch hier. Verstehen Sie, was dieses Ort ist? Hier liegen 200.000 geschossene Menschen. Und hier liegen 200.000 Menschen. Dann, wenn es gibt, wenn die Armee, sie haben gelandet, Paulus, Feldmarschall von Paulus, hat, wenn Interstalingrad verspielt, verstehen Sie, den Krieg, dann hat man diese Menschen gewinnen, eine Brigade 1.105, welche diese Grieber mit den Menschen herausgenommen haben. Verstehen Sie? Sie haben gleich solche, wie sagt man das, nur Kippe, Kippe, gleich vergossen mit Benzin und Naft. Ja, und sie haben alles verbrennt. Dann, nachdem die alle Beiner werden geblieben von den Menschen, gibt es ein Miel, also dieses Miel ist heute in Kiew, im Museum. Haben Sie das, verstehen Sie, ein Miel, was aus, doch, doch, genug diese Beiner, in Wart, Asch von diesen Menschen. Das ist gewesen, das Finale von 200.000 Menschen. Von Beiner, von der Beiner Asch, in Asch hat man sich geschickt, hier. Und das ist der Finale. Die Hunde, das sind Hunde von der Polizei. Verstehen Sie das? Ja, also ein Hund, ein, wie sagt man das, ein, offener Hund. Ja, verstehen Sie? Ja, ein Hund, der interessiert Platz, es gibt hier, und keine Eindenkung, dass hier ein Lager war, wir sehen, wir vernichten so viele Menschen, da gibt gar nichts, verstehen Sie? Ich war im Lager hier, ich war hier jemand, im Lager. Mich hat man geführt, Belgez, haben Sie gehört von Belgez? Am 21., 23. Mai, Jahre 43, hat man mich mit vielen Menschen eingeladen, im Zug, im Zug, in Waggonen, die mich selbst, wie sagt man, ohne, ohne, ohne Mantel, so wie die Mutter, wenn ich echt wohne, nachher, 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 ja, ja, nachher, nachher, eingenommen ist nicht. Ich wohne mich, nicht alles, Menschen, ein ganzer Zug, ja. Und ich hab mich gefühlt, nur das weg, hab ich ausgeschnitten. Wissen Sie, in seine Laufhebung, und in der Bewegung, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Im Hof der Fabrikka Rat hätte man uns noch kürzlich die roten Schilder mit sozialistischen Parolen zeigen können. Heute besichtigen wir stattdessen die Ahn-Galerie des neuen Nationalstaats, nämlich die Porträts aller ukrainischen Machthabers den letzten tausend Jahren. Derweil herrscht im Betrieb Riesen. Denn die Regierung in Kiew hat den Versand der Produktion Russland gestoppt, weil die Adressaten nicht im Voraus bezahlen. Im Wirtschaftskrieg sitzt Russland am längeren Hebel. Und wie man in westliche Kunden herankommen soll, weiß auch der Generaldirektor noch nicht. Bisher lief der Außenhandel über Moskau. Er ist ein Instrument, den wir unsere Firma produzieren, die all die Automobilindustrie von der Bundesrepublik. Das sind die Automobilindustrie wie Gottkowska, VAS, GAS, ZIL, Wir wollen mit einem Kontakt mit unseren Partnern, wie wir geografisch sind, Niemczech und Ukraine, sie sind рядом. Wir müssen uns auch unsere Unternehmen in Niemczech oder Miette. Heute bin ich mit zwei Söhnen der Perestroika verabredet. Der erste ist Chef einer Partei der allerneuesten Neuen Rechten. Es gehört bei der regionalen Wochenzeitung Post Posto. Beide arbeiten unter einem Dach. Und zwar in dem Haus, das früher den Komsomolsten gehört hat. Und außerdem sitzt uns zuliebe eine Musikgruppe im Hausflur. Die Kultband der Lviverschüler und Studenten Mertwe Biven, zu Deutsch Der Tote Hahn. Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Der Staat in der Pflege des ZDF Und dein ножes Konakum nicht behebende, Herr Kriborutschko, Sie sind inzwischen seit zwei Monaten, glaube ich, Vorsitzender des Fonds Moldau-Ukraine in Lviv. Was ist das für eine Organisation? Wer trägt sie, seit wann existiert sie und wie wird sie finanziert? Ja, wirklich, aus dem Anfang 1993 roku, решением der Fonds, wurde es gelegst als die Organisation der Fonds. Der Fonds Moldau-Ukraine ist eine Organisation der Gemeinschaft. Und in ihrer Form sind acht Organisation der Fonds. Molde-Jungen, unter denen sind die Student-Bereich, die Vereinigte Ukraine-Veteran, die Assoziation des Westen-Jetigen-Veteranen, die Karpatsch-Lechitarische Klub, die Organisation der Warte, die Organisation der Ukraine-Veteranlagen, die Organisation der Ukraine-Veteranlagen. Die Organisation der Fonds Moldau-Ukraine ist aufgrund der Statut, welcher ist in der Staatlichen Instanzierung. Die Finanzierung ist, according zu dem Statut, in der Grundlage der Grundlage des Werte, des Werte, des Werte, des Werte, des Werte und des Werte. Vielen Dank, wir sehen hier zwei Fahrten. Die große kennen wir schon, die kleine sonst noch. Was bedeutet dieses Menschen? Wir haben in Kabinett zwei Präperen. Der große Präperen ist ein Städter-Ukraine. Der kleine Präperen ist ein Präperen von politischen Organisationen, die ich, an der ich, und die meisten Organisationen, die in den Fonds Moldau-Ukraine. Das ist Präperen der Sozial-Nationale Partie Ukraine. Naja Partie tjagt in einer bestimmten Weise seine Korinne aus der ukrainischen nationalistischen Bewegung. Wir kommen in diesem Fall aus der Position von Franziska Fukuyami über die Erinnerung nur drei ideologische Systeme. Ideologie Liberalismus, Ideologie Faschismus und Ideologie Marxismus. Der Jungpolitiker hat seine Lektion gelernt. Heute redet er so allgemein daher wie ein Außenminister beim Interview am Flugplatz. Gestern im Vorgespräch, ohne Kamera, hat er Farbe bekannt. Die Sozialnationalisten verstehen sich in der Tradition des rechtsradikalen völkischen Ideologen Donzow, konkurrieren mit der paramilitärischen Organisation UNSO und erheben riesige Gebietsansprüche vor allem gegenüber Russland. Heute ist zufällig die sogenannte ethnografische Landkarte nicht mehr auffindbar, auf der eine Ukraine bis zum Kaukasus abgebildet ist. Stattdessen erzählt mir Krivoluczko etwas von Fukuyama und dem Ende der Geschichte. Na gut, aus diesem Gespräch wird nichts, gehen wir eine Treppe höher. Wir sterben nicht in Paris. Jetzt bin ich sicher sicher, dass ich das weiß. Wunderschönen Wunderschönen Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vor drei Jahren war Postup, zu Deutsch Fortschritt, noch eine halblegale Zeitung der Avantgarde. Frech gegen die Herrschaft der KP und leidenschaftlich für den ukrainischen Nationalstaat. Dann kam die Wende und die Avantgarde sah sich eingeholt von allen frisch gewendeten Zeitungen. Jetzt gab es auf einmal nur noch Antikommunisten und Nationalisten. Nach einer Pause kam die Zeitung wieder heraus, diesmal unter dem Namen Postpostup, zu Deutsch nach dem Fortschritt. Und gilt den einen als kritisch, den anderen als respektloser Skandalblatt. Das war erst einmal die Kommunisten, die propagandert den Bild des radianischen Geroens. Jetzt haben sie zu der Regierung, weil sie zu verstehen, die gegenwärtigte Parteien, umgekehrt sie können, wie sie, wie sie, die neue Stereotypen des Geroens. Das heißt, die ukrainische Gesellschaft, die Kizke, die Kräfte, die U.P. und so weiter. Und da, absolut nicht objektiv zu schauen, einfach nur der Bildung des Geroens. Aber es ist immer so, und es ist eine kulturelle Kulturelle. Das sind die Leute, die nicht wollen von Miefen. Miefen nicht von Bielschewikern, nicht von ukrainischen Geroern. Sie wollen einfach ein здоровiges Wissenschaftlern und kulturen. Denn es ist, wie es nicht tragisch, wie es heute ist, ist eine einzige Gazette, die mit der Bildung des Untergrounds ist. Oh, André! In meiner poesieinie ist ein Buch, der ich denke, dass ich eine kulturelle Kulturelle. Der hat mein Blick auf die Beziehung zwischen Wissenschaftlern und Gesellschaft. Das war, der sich Slemak hat. Er wusste drei слова. Muschla, Slemusia und Nizia. Er ließ es in der Weise, weil er nicht so gut ist, was es noch nicht so gut ist. Aber einen разum erinnert er, wo es geht, wo es über Muschla, Slemusia und Nizia. Das ist es poet, er ist Slemak, das ist es, er ist ein Mann. Er ist wirklich so sehr, dass er die читatorin. So, jetzt geht es. Warum Utopia gerade in Paris liegen soll, und zwar im alten Paris des Guillaume Apollinaire, ich weiß nicht recht. Vielleicht ist dieser Traum auch nur wieder aufgekommene Vergangenheit. Oder vielleicht liegt das ganz einfach daran, dass das Glücksrad oder der Preis es heißt, denn doch zu Fahrt sind. Ich weiß es nicht. Ich sehe nur, aus der geöffneten Stadt Lviv zieht eine Menge Sehnsucht nach Westen, dorthin, wo die Festung Europa gerade ihre Türen zuknallt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017